Wieso kannst du eigentlich schon so eine Allee bauen? Warum kann ich das nicht bauen? So eine Allee? Natürlich kannst du sie bauen. Ah doch, Vegetationsgebäude. Das ist halt mega teuer, aber sieht doch schön aus. Das ist halt ein bisschen schicker. Warum plattern? Könnte man vielleicht öfter bei Menschen. Aber das ist die erste Insel, da geht es eher um quantitische Qualität. Ja. So, was erwartet uns denn hier? Ach, was wollte ich denn bauen? Ich wollte irgendwas gebaut haben. Ach ja, so ein Solar-Ding. Ich bewege mich hier ganz, ganz stark am Abgrund. Am finanziellen Abgrund meinst du? Ja, ja, gar keine Kohle mehr und nur plus 215. Ich habe 225. Bin aber noch bei 16.000. Ja, du expandierst ja nicht so extrem. Nee, ich mache das ganz, ganz gediegen. Ich will ja echt nichts überstürzen. Ja, deswegen, ich lasse jetzt meine Leute hier. Wir könnten endlich mal hier so die letzten Häuser mal hochgehen. Also, ähm, also, äh... Also, mit einem Bronzenviertel wächst und gedeiht, ja. Ganz gut. Es sind fast nur noch Eco-Dinger. Eco-Angestellte. Okay. Muss gucken, ob du die Steuern richtig hast, ne? Wenn du die Steuern im... Ist das nicht so gut. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt wieder auf Eco-Gear Was ist denn auf Eco? Ja, du kannst ja den Cluster umstellen Ach so, lol Du kannst entweder auf Bevölkerungsminderung gehen und dafür mehr Co Oder du lässt es halt Standard laufen Ich kann hier auswählen auf Ihr Wert für die Firma ist soeben gestiegen Ich habe eine Kampfdrohne bekommen Ich kann auswählen entweder Schild das Bedürfnis nach Informationen Ah, guck mal hier Reduziert die Bevölkerungszuwachsdauer Erhöht die Steuerannahmen Ah Kostet mich aber 30 Das umzusetzen oder was? Kostet das? Mhm Kostet halt 30 und minus 8 Strom Ich habe es jetzt mal raus gemacht Ich bin ja trotzdem noch ein Plus Ich hätte jetzt einen Unterschied von 55 gemacht Ja, 50 Kohle Aber dadurch ist das ja eh immer wieder neue Leute Das ist mir das eigentlich schmuckig Zumindest baue ich halt einfach ein paar mehr Häuser Das ist jetzt auch nicht das Problem Ich muss mal so einen Hafen bauen glaube ich Ich komme jetzt zu dir gesegelt mal Guck mal ob ich irgendwas mit einem Reparatur-Doc anfangen kann Wenn ich bei dir bin, dann können wir auch mal Schluss machen Nimm ein Spätschen So Eine Hafenbehörde muss auch nie nichts bauen Wie viele Leute hast du eigentlich wie viele Einwohner? 1622 Die Hälfte ungefähr Ja, fast 975 Ich habe nur so viel Tee Ich habe alles außer zwei Tee-Plantagen stillgelegt Und das bin schon Das langt immer noch Wenn wir meine Basaltgewinnung mal ein bisschen reduzieren Ja, da bin ich auch immer wieder so ein bisschen am rum Rumexperimentieren Ziemlich viel Munition glaube ich mittlerweile 65 Mnition Wir können echt ein paar Schiffchen produzieren Wenn ich mal Was führt sie zu mir? Meine Schiffschrift baue Nicht genügend Credits? Ich hatte doch gerade genügend Credits Ich habe doch 891 Mnition und das kostet 835 Mnition Frachtschiff, Kommandoschiff Boah, das kostet aber viel Kommandoschiff 2005 Mnition Ich muss mal Handel treiben mit den Leuten Ich habe so viel, was ich ihnen verkaufen kann Stimmt eigentlich ja Ja, das machen wir das nächste Mal würde ich sagen Donnerstag oder so Kommst du jetzt eigentlich zu mir mit deinen Reparatur-Docken? Ja, ich bin mit meinem Schiffchen bei dir Du müsste da sein Du bist da Wo ist denn dein Schiffs-Reparatur-Dock? Äh, da, da hinten der Kran Ach, hinten der Kran Warte, da muss ich einmal drum herumfahren Auf der Ecke ist das der gelbe Kran, ne? Ja Nö, macht nix Einen Augenblick Wo bist denn du Pille? Aha, hallo! Man kann sich gar nicht hier irgendwie zusammenschließen Ich hole mir jetzt mal Credits Das ist zwölf Tonnen Werkzeug an den Hof abgegeben Okay Aber wir sind schon Stufe 3 Wenn du guckst, Diplomatie Stufe 30 Ah, okay Ja, das ist auch gut Willst dich am Elend der Verachteten weiden Ah, du bist's Ach, ich bin so ein bisschen Was geht das? Gut, okay Ich würde sagen Haben wir mal Schluss für heute, oder? Kannst du es nochmal abspeichern? Nee, ich müsste es nochmal abspeichern können Aber ich muss es nicht abspeichern, oder? Äh, wenn du das bei dir als Spielstand gespeichert hast, gesagt hat, dann nicht Nee, Spielstand gespeichert hat sie mir gesagt Ja, gut Dann habe ich das, ja Sehr gut 10 1 1 0 4 5 6